Hallo mal wieder. Heute nehmen wir euch wieder mit auf eine kleine Wandertour, Tecklenburger Bergfahrt. Wir wünschen uns und euch viel Glück. Nicht, dass es wie beim letzten Mal so viele umgekippte Bäume gibt und wir irgendwie eine Survival-Tour machen müssen. Aber ich glaube, heute wird es ganz ruhig. Dann schauen wir mal, was so alles auf uns zukommt. Hier stehen wir jetzt vor der ersten Sehenswürdigkeit, hier der Bismarck-Turm. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Nahaufnahmen. So, nachdem wir hier ein paar hundert Meter, ich glaube insgesamt für ein paar Plätze, zwei, drei hundert Meter gelaufen sind, und hier durch so eine kleine Ortschaft hier kommt jetzt auch direkt schon der richtige Bergfahrt. Der Frühling ist da. Hört ihr die Vögel zwitschern? Der Hund hat Husten. Noch ein paar umgekippte Sturmschäden. Sturm hatten wir ja schon mal, Sturmschäden. Ich erinnere an Holpordorpo. Ich verlinke das Video mal unten. Könnt ihr euch mal angucken, war eine witzige Tour. Musik Musik Hier hinter mir sieht man wieder so einen Baum mit Efeu bewachsen. Finde ich mal voll cool, wie das sich hier verbindet. Musik 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 Klaudia ist wieder zickig. Klaudia mit ihren Kampfstöcken am Rucksack. Musik 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 Hier kann man auch noch richtig was lernen über Bäume. Das finde ich gut. Was auch von der Wege so ein klein bisschen Informationen auch mitgeteilt wird. Über den Wald, über die Bäume. Was hier so alles wächst. Und warum. Musik Überall hier dieser coole, weiche Moos. Musik Wie ein Bett. Musik 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 Hier ist die sagenumwobene goldene Treppe. Die goldene Treppe, die ich beim letzten Mal hochgerannt bin. Ich weiß nicht wie viele Stufen, aber ich bin gut ins Schwitzen gekommen. Und da oben ist sage und schreibe eine kleine Bank, auf der man sitzen kann. Sehr schön. Ich bin dann auch sofort wieder runtergelaufen. Deswegen laufe ich da jetzt nicht noch mal hoch. Musik Versuchsfläche, der Forstbaumschumbele Hannes-Köring-Sprackel. Auf jeden Fall geht es darum, dass hier wohl aus verschiedenen Ländern verschiedene Bäume gepflanzt wurden. Die zeige ich euch später auch noch mal. Und dann wollten die schauen, ob die auch hier wachsen oder so. Oder nur zum zeigen. Sehr interessant. Und hier noch mal alte und abgestorbene Bäume als Lebensraum. Ja, es macht Sinn, die Bäume liegen zu lassen, weil die natürlich für diverse andere Tierarten und Pflanzen als Lebensraum dienen. Wow, das ist ja so eine Gebirgs-Mammut-Tanne. Die kommt auch nicht aus Deutschland ursprünglich. Glaube ich zumindest. Aus Kalifornien kommt die. Da steht es noch mal. Die Decklenburger Bergfahrt ist also nicht nur ein normaler Premium-Wanderweg, einer von den Teutoschleifen. Sondern hier lernt man auch viel über Bäume, über den Wald. Hier steht jetzt eine amerikanische Gelbbirke. Da ist sie. Musik Wow, der ist riesig. Weiter geht's, Claudia wartet schon. Musik 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 Ist das so? Ich kenne das nicht so. Ich kenne eigentlich eher so, dass die Frauen lieber fotografieren, oder? Ja, die haben auch diese Augen. Ja, so ein Opa meinte gerade. Normalerweise ist das umgekehrt. Normalerweise tragen die Männer die Kamera. Dann ist er an mir vorbeigelaufen, hat gesehen, dass ich die Videokamera halte. Da habe ich ihm gesagt, ja, der Mann hält die Videokamera. Und die Frau macht Fotos. Musik 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 Hier hinter mir wieder so eine Infotafel. Ich glaube, auf dem Weg hier jetzt die, ich glaube, das ist jetzt die vierte schon gewesen. Finde ich super. Hier gibt es Informationen über, ja, die Schutzfunktion des Waldes. Hier eine klassische, dicke Fichte. Musik Auch hier Sturmschäden noch mit mir auf dem Wanderweg. Premium-Wanderweg und noch nicht geräumt. Gut, ich finde das jetzt nicht so schlimm, ne? Also, ich finde das eher interessant. Schade um den, um den dicken Baum hier, aber das ist halt nun mal die Natur. Ja, hier kann man aber locker drumherum. Es gibt bestimmt noch Sturmschäden, die wichtiger sind, die gehoben werden müssen, als hier jetzt. Dieser kleine, ja gut, nicht klein, dieser große Baum, der hier umgeknallt ist. Na ja. Musik In good company And of all the harm that e'er I've done Alas it was to none but me And all I've done for all the which Hinter mir ist so ein Abhang Keine Ahnung, hier scheint mal irgendwie was richtig derbe runtergeknallt zu sein Und dann da die entsprechende Infotafel habe ich gerade schon gezeigt Da steht dann beschrieben was im Waldboden so alles vor sich geht Echt interessant Die ganzen Würmer, Wüllmäuse Hier Harz Oh da gebe ich ja hier so richtig dicken Knobel Da Reinstes Baumharz Jetzt kommt mir meine kleine Harzdose Meine Zunderdose Ich mach die mal auf Da musst du hingehen Da gibst du eine riesen Torte Die kannst du filmen Naja Aber so wie ich Claudia kenne, müssen wir da noch hin Und dann müssen wir auch die Torte noch filmen Und ein richtig fettes Stück davon Schön mit dem Kaffee Kann man machen Kann man machen Dafür wandern wir ja Als Belohnung oder Claudia Oh jetzt tut sie so Ja 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 Hier wieder so eine super geile Aussicht Kann man richtig weit gucken Ja Und da steht auch die passende Bank dafür Da machen wir jetzt eine schöne kleine Kaffeepause Richtig schöne Felsen Und so eine einsame So eine Tanne da mittendrin Sieht auch schön aus Die Bäume wachsen da auch Die Bäume wachsen da raus Aus diesen Felsen raus wachsen da die Bäume Das ist total komisch Schon öfter gesehen sowas Richtig abgefahren wie sich Wie sich die Natur so ihren Weg sucht Teilweise wachsen die Bäume Das habe ich bei meinen Lost Places mal gesehen Durch die Häuser durch So dass sie an der Decke An dem Dach fanden Da kommt da plötzlich eine Tanne raus Aus dem Haus Voll geil Hier sieht man jetzt so einen richtig schönen Fichtenwald Der Wanderweg geht hier Direkt mitten durch Ja, sehr schön Die Klenburger Bergfahrt Hier im Hintergrund auch wieder richtig geile Felsen Gibt es hier überall Gibt es hier überall Überall hier Geil Hier ist glaube ich die Kapelle Hier stehe ich jetzt vor der zweiten Sehenswüdigkeit Hier so eine schöne kleine süße Kapelle Da kann man auch rein Da kann man eine Kerze anzünden Direkt nach der Kapelle man hier diesen geilen Ausblick hier. Hier kann man so richtig weit sehen. Hier sieht man jetzt auch wiederum, was das Bergpfad heißt. Wir sind hier die ganze Zeit fast immer auf dem Berg drauf. Hier geht es runter. Wir sind jetzt hier auf dem Berggipfel. Richtig schön hier. Hier laufen wir gerade wieder an so einem großen Berg vorbei. Richtig schön. Schöner Bergpfad. Der hat seinen Namen verdient hier, der Tecklenburger Bergpfad. So, wir sind jetzt mal ein bisschen marschiert. Jetzt haben wir mehr als die Hälfte. 5,8 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt sind wir hier. Ja gut, wisst ihr nicht vermeiden, ist jetzt nicht so schlimm. Hier gehen wir jetzt ein kleines Stück direkt an der Hauptstraße lang. Aber ich denke mal, das wird maximal 500 Meter oder so. Aber du, kann man mit leben. Ist halt eben einmal so. Solange es nicht die Hälfte der Strecke ist, ist das absolut okay. Hallo. Den haben wir schon mal gesehen? Stimmt, den haben wir schon mal gesehen. Das war der, wo Claudia sich mit dem Hund angefreundet hat. Da hat Claudia einen neuen Kumpel gefunden. Die Hunde sind immer alle Claudias Kumpel. Ist auch gut. Die sind beide Tierlieb, ne? Ja. Gut. Ja, das war jetzt ein kleiner Zwischenbericht. Wir müssen, damit wir hier nicht stundenlang unterwegs sind, müssen wir jetzt ein bisschen weiter marschieren. Ich merke mich später nochmal, wenn es irgendwas Schönes zu sehen und zu filmen gibt. So, da hinten kommt jetzt der Aufstieg zum Münsterland-Blick. Da soll es eine super tolle Aussicht geben. Das gucken wir uns natürlich mal an, ne? Ja. Treppen steigen, da haben wir kein Problem mit. Oh geil. Das zieht so richtig in den Waden. Das tut richtig weh. Da freut man sich, da freut man sich schon auf den Ausblick. Der muss es wert sein. Alter Schwede. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Münsterland-Blick. Und hier, hier der Dornstein. Pause auf dem Münsterland-Blick. Aber guck mal. Ja, die Aussicht ist schön. Hier kann man richtig über das ganze Münsterland schauen. Sehr schön. So, Pause vorbei. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht und jetzt geht es weiter. Jetzt sind wir, ja echt, ziemlich weit oben. Nicht schlecht. Hier sind wir jetzt an so einem riesigen Steinbruch. Hier hinter mir sieht man jetzt das sagenumwobene Klavier. Wir sind hier ja schon mal gewesen. Da war es stockdunkel. Da weiß ich noch ganz genau, dass wir hier gestanden haben und uns gefragt haben, ob wir jetzt da lang müssen. Oder hier lang. Oder hier den anderen Weg lang. Hier ist das Klavier. Und später, als wir zu Hause waren, haben wir uns gefragt, wo war dieses verdammte Klavier. Wir haben das einfach nicht gesehen, weil es so dunkel war. Und nebelig. Vor allem, genau. Hier war alles voll. Nebel, dunkel. Nur mit Stirnlampen waren wir unterwegs. Nun lassen wir das Klavier hinter uns. Und weiter geht es hier auf dem Tecklenburgabergpfad. Wir haben einen Notfall. Oh, Notfall. Was passiert? Rücken. Ich glaube, ich habe ISG. Oh, Claudia hat ISG. Hier hat Claudia jetzt entdeckt eine Eibe. Ganz wichtig, dass sie hellgrün von unten ist. Genau, von unten hellgrün. Und flach. Flache Nadeln. Und ein bisschen weich, glaube ich auch. Weicher als Fichten und Tannen und so. Genau. Ihr kennt ja bestimmt von dem Benjamin Clausen den Fichtennadeltee. Das hier ist eine Eibe. Giftig. Eibe, giftig. Keinen Tee trinken. Hier. Ein schöner Birkenwald. Ich glaube, das ist dein Lieblingsbaum. Ne, Claudia? Ja. Birke und Fichte. Birke und Fichte. Stimmt. Aber Birken sind wirklich schön und nützlich. Man kann den Saft von den Birken trinken. Dauert aber ganz lange, bis man den geerntet hat. Da gibt es, glaube ich, von den Naturensöhnen ein cooles Video. Müsst ihr euch mal angucken. Und natürlich die Rinde zum Feuermachen. Die Rinde enthält ätherische Öle. Und das brennt richtig gut. Natürlich nur entweder von Toten Birken oder nur ein bisschen die oberste Schicht hier. Das, was man hier abknüppeln kann. Das kann man nehmen, das tut dem Baum nicht weh. Hier sieht man es nochmal gut. Hier. Das kommt dann gleich aufhören in eine Zünderdose. Ja, und soviel zu den Birken. Birkenrende. Ich habe meine Wanderstücke verloren und ich weiß nicht wo. Ach, bei Piano. Ja. Egal, laufe ich jetzt nicht zurück. Ja. Ich habe meine Wanderstöcker. Letztes Mal ist mir mein Lieblingswanderstock durchgebrochen. Und diesmal habe ich meine zwei Wanderstöcker liegen gelassen. Die waren aber eh nicht so toll. Ich werde mir jetzt, in der Hoffnung, dass ich die dann mehr wertschätze, richtige Wanderstöcker kaufen. Ich habe mir schon welche rausgesucht von Terra Hiker. Mit irgendwie Carbon oder so. Die sollen ganz leicht und super toll sein. Aber wenn ich hier liegen lasse, wird das teuer. Ja, die kosten irgendwie 40 Stück oder so. Äh, 40 Stück. 40 Euro. Ja, mal gucken. Da wollen wir hoch. Ist auf jeden Fall höher als es aussieht. Jetzt kommt hier nochmal die Sonne raus. Boah, ist das geil. Man fühlt sich irgendwie wie im Sommer. Vögel switchern. Die Sonne scheint hier zwischen den Bäumen durch. Auf den Moment haben wir gewartet, oder? Da hinten sind ein paar Pferde am Grasen. Boah. Richtig schöne Pferde sind das. Hier sind wir jetzt vor so einem, so einem richtig urigen Buchenwald. Richtig schöne, kleine, große, alte Buchen. Richtig geil. Und hier hinter uns für diese Gegend eigentlich normal. So schöne, schöne Fachwerkhäuser. So, ich glaube jetzt fängt der Aufstieg an, oder Claudia? Jetzt geht's ab hier. Ja, ich glaube jetzt noch ein krasser Aufstieg und dann sind wir auch schon wieder am Parkplatz. Dann war's das hier. Aber hier nochmal dieser schöne, schöne Buchenwald. Und hier so ein Nadelwald, direkt daneben, getrennt durch unseren Wanderweg. Claudia macht endlich ihre Winterjacke auf. Claudia, das ist echt eine Winterjacke, die du an hast, ne? Ja, bis minus 10 Grad. Minus 10 Grad Winterjacke. Wir haben jetzt wie viel Grad? 9 bis 10 Grad haben wir's. Ja, guck mal. Hier schön so ein Bitkin hoch, ne? Bitkin hochlaufen. Kommt Claudia los. Richtig Power hier. Richtig geiler Wald. Also wirklich zu empfehlen, Teutoschleifen. Googelt das mal, da findet ihr die. Es sind mehrere, Premium Wanderwege. Wir haben die, das war jetzt die, ne, die haben wir jetzt komplett durch. Nur Holpadorpor, der fehlt uns noch offiziell. Wir haben ja nur diesen A10, kleiner Rundwanderweg, während des Holpadorpers. Aber der Holpadorper fehlt uns noch. Den machen wir heute als nächstes. Da gibt's bestimmt auch wieder ein kleines Video von. Immer wieder und überall diese dicken Felsen. Da hinten auch. Falls ihr hier noch nicht gewesen seid, kommt hier hin. Tecklenburg. Teutoburger Wald. Teutoschleifen. Wir haben wirklich schöne Wanderwege. Also hier muss man echt gewesen sein, wenn man wandern geht. Natürlich nicht zu vergleichen mit so Sachen wie Harz oder sowas. Da waren wir auch schon, da wollen wir auch noch mal hin auf jeden Fall. Aber hier ist geil, wir wohnen hier in der Gegend. Mit dem Auto halbe Stunde sind wir hier. Also für einen Sonntagnach ist das richtig schöne Beschäftigung. Da oben sieht man's. Das Ronands Grab. Das ist wirklich hier in den Felsen reingehauen worden. Da oben wächst geil so ein Baum einfach da drauf. Und da ist das einfach reingehauen worden. Da oben wächst geil so ein Baum einfach da drauf. Der hat schon was. Ein mystischer Ort. Ein Energieort. Ronands Grab. Abgehakt. Hier kommt jetzt der nächste fiese Aufstieg mit Treppen. Claudia ist schon fleißig am Klettern da hinten. Ich glaube viel mehr kommt nicht. Wir sind jetzt hier schon gefühlte zwei Kilometer hoch gelaufen. Boah, das ist echt... Das ist richtig Sport hier. Ich hoffe wir brauchen heute Abend keinen Sport mehr machen. Los geht's. Boah, cool. Da oben wohnen Leute. Da ist ein Haus. Das ist ja geil. Also da wohnen, da hätte ich auch echt Bock drauf. Cool. Boah. Wir haben's tatsächlich geschafft. Boah, geil. Boah, geil. Also es waren gerade nicht nur noch ein paar Stufen, sondern auch nochmal, ich weiß nicht, 200 Meter oder so. Also richtig derbe Berg hoch. Boah. Boah, war geil. Wir sind hier jetzt auch am Ende. Ich glaube da hinten ist der Parkplatz. Hat richtig Spaß gemacht. Oder Claudia? Mit deinem Rücken ist auch alles wieder gut, ne? Ja. Ja. Eine Schmerztablette hat geholfen. Ja, passt. Und die Füße tun weh. Füße tun weh, ja. Das stimmt. Ja gut, nochmal, ne? Boah, auf jeden Fall richtig schön auch, dass die Sonne noch rausgekommen ist. Die Vögel zwitschern. Ja, das war's dann von hier. Ich werde in Zukunft öfter mal auch Wandervideos machen, zusätzlich zu den Lost Places. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch für mich, abonniert meinen Kanal, schaut euch weitere Videos von mir an. Und danke, dass ihr dabei wart.